Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit in Zusammenarbeit mit Bruder Michael und Bruder Victor aus Deutschland. Ich habe mich heute Abend auf Skype hier eingefunden, dass wir in unserer kleinen Gruppe, wo immer zwei oder drei unter euch versammelt sind, in deren Mitte will ich sein, hat Jesus Christus gesagt. In dieser Gruppe haben wir uns versammelt auf dem Sabbatabend, um die 31. Lesung aus dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger zu machen über den Jesuitenorden und ihre offene und geheime Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis jetzt, irgendwo in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die beiden Bücher hat er ja geschrieben zwischen 1866 und 1870, 72 ungefähr. Wir sind im zweiten Band dieses Buches, in dem siebten Buch von diesem zweiten Band und in diesem siebten Buch in dem letzten Kapitel, in dem dritten Kapitel. Und da geht es darum, wie die Brewe von Antichrist Paul, äh Paul sag ich schon, Clement dem 14. von 1773, Dominus Ag Redemptor Noster, wieder aufgehoben wird oder auch an teilweise Stellen unterwandert wurde, wo wir letztes Mal ja gesprochen hatten über Preußen und Russland, die den Jesuiten ein Refugium gegeben haben. Und da wollen wir mal sehen, wie sich das heute weiterentwickelt. Und wir gehen dann langsam hin auf das letzte Kapitel, das da heißt, die Jesuiten im 19. Jahrhundert. Und das wird auch noch sehr interessant, das kann ich euch verraten. Aber bevor wir soweit sind und reingehen hier in die Lesung, möchte ich erstmal meine beiden Brüder in Deutschland ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Sendung heute. Ich freue mich, dass ihr beiden wieder da seid. Ich habe mir früher niemals vorstellen können, solche Lesungen mit anderen Gästen dabei ständig zu machen auf diese Art und Weise. Und das füllt mein Herz mit Freude, jedes Mal euch wieder begrüßen zu können und auch hier und da mich auf euch stützen zu können, auf eure Hilfe, auf eure Kommentare und eben auch auf euer Wissen damit bei, was zu meinem Wissen dann auch oftmals mit beisteuert. Finde ich sehr schön und deswegen begrüße ich jetzt erstmal Michael, der ein bisschen regional dichter bei mir wohnt als Victor, der ein bisschen weiter weg, aber dafür in meiner Lieblingsstadt sozusagen wohnt. Hallo Michael, herzlich willkommen und schönen Abend. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Hörer, Zuschauer und hoffentlich Weiterverbreiter von den Joggle-Kanälen und den Lesungen hier. Heute Abend machen wir jetzt hier immer wieder weiter mit sozusagen zusätzlichem deutschen Geschichtsunterricht, der dann übergreifend auch für Europa gilt und für die ganze Welt. Und wir haben ja heute Abend, wenn wir so wollen, haben wir so eine kleine Volkshochschule hier. Ja, so die Dinge, die uns früher in der Schule nicht beigebracht worden sind, die werden uns jetzt hier im Abendunterricht dann halt beigebracht. Und das macht eigentlich ganz groß Spaß. Ich finde es einfach viel interessanter als ein Hegelkurs. Und aufgrund dieser Tatsache frage ich jetzt einfach meinen Mitkommilitonen Victor, wie es ihm geht. Ja, hallo, moin moin. Und ja, ich bin ja noch hier oben im hohen Norden unterwegs. Es ist an sich sehr kühl, aber zum Glück nicht allzu glatt. Von daher, ja, ist es dann an sich auch soweit alles in Ordnung. Ja, ich freue mich an sich auch mit euch wieder verbunden zu sein. Ich kann mich da auch dir, Bruder Michael, nur anschließend an sich. Ja, könnte man jetzt auch so Dinge tun, so Brot- und Spieleaktivitäten oder, oder, oder. Aber ich persönlich finde an sich jetzt auch gerade aktuell, ja, wo wir uns ja auch zum Ende des letzten Buches des Werks von dem Griesinger jetzt ja widmen, ist es ja an sich jetzt auch nochmal ganz interessant, so die letzten, ja, auch Informationen und detailreichen Ausführungen des Herrn Griesinger uns dann zu Gemüte zu führen. Und damit gebe ich gerne zurück zu Brüder Jörg. Danke, ihr beiden. Dann wollen wir auch ohne große weitere Einführungen loslegen. Wir haben letztes Jahr aufgehört zu lesen auf Seite 357 in dem PDF, was Seite 350 in dem Buch ist, in diesem zweiten Band. Und wir werden jetzt direkt loslegen damit und werden nochmal kurz einen kleinen Absatz wiederholen. Wir hatten im Grunde gelesen bis hier an den unteren Teil dieses Absatzes. Die Fußnote hatten wir auch schon mitgenommen. Aber ich fange nochmal eben, dass wir alle wieder ein bisschen reinkommen, hier an. Und wie gesagt, es geht dieses Mal um den Titel, die Wiedereinsetzung des Jesuitenordens oder die Nullifizierung der Bulle, Dominos Ac Redemptor Nostar. So, da fährt der Autor jetzt fort und sagt, Natürlich übrigens konnten sich die Expatris bei der ihnen innewohnenden Klugheit nicht darüber täuschen, dass es mit dem Pamphleteschreiben alleine ganz und gar nicht getan sei, sondern dass die persönliche Überredung eine weit intensivere Wirkung habe. Und deswegen boten sie allem auf, um durch irgendwelche Mittel, sei es durch weltliche oder durch geistliche Anstellung, in den höheren Kreisen Eingang zu finden. Sie stifteten zu diesem Behufe sogar neue religiöse Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Verbindung des Heiligen Herzens, die Gesellschaft der Väter des Glaubens, die Vincentina oder wie sie sonst heißen möchten. Und unter derlei unschuldigen Namen gelang es ihnen nicht selten, selbst an solchen Orten, wo man sie der öffentlichen Meinung wegen als Jesuiten in keinem Fall zugelassen hätte, Eingang zu finden. So wie sie aber irgendwo Posto gefasst, so wie sie sich in der Hofhaltung irgendeines Großen dieser Erde eingenistet hatten, dann wussten sie auch in kürzester Zeit, durch ihre heftigen Expektorationen gegen Aufklärung und Revolution, alle diejenigen für sich zu gewinnen, deren bisheriger Einfluss, deren bisherige Herrschaft, durch die Aufklärung und Revolution bedroht war. Aufklärung, sagten sie. Aufklärung predigt nichts anderes als Unruhe und Empörung. Empörung aber geht darauf hinaus, Staat und Kirche über den Haufen zu werfen. Man ruft nach Pressfreiheit. Und warum ruft man danach? Um durch Zügellosigkeit die Majestät der Fürsten zu erniedrigen und durch anarchische Grundsätze alle bisherige Ordnung zu untergraben. Von Freiheit spricht man, aber diese Freiheit ist geradezu Rebellentum. Man braucht das Wort Vernunft. Und wenn man es recht beim Licht betrachtet, so ist es Unglauben, Ketzerei, Religionsumwälzung. Es gibt wohl kaum ein besseres Beispiel als dieses, wie wichtig es für die Jesuiten ist, immer beide Seiten zu kontrollieren. Die weltliche und die geistliche. Das war der Ton, aus welchem die Söhne Loyolas sprachen. Und wie natürlich, dass dieser Ton in gewissen Kreisen gefiel. Wie natürlich, dass man da und dort vergaß. Warum vor noch so kurzen Jahren die regierenden Höfe von Madrid, Lissabon, Paris und Neapel die Abschaffung des Jesuitenordens diktatorisch verlangten und dass man anfing, die für das Königtum sogar eifrigen Patres für die einzigen Stützen desselben zu halten. Ja, gewiss, so flüsterte man sich schließlich mit völliger Überzeugung zu. Die bourbonischen Höfe haben damals, als sie den Antichrist Papst Clemens XIV. zu der bekannten Bulle zwangen, einen großen Fehler begangen. Und es ist Zeit, denselben dadurch zu reparieren, dass man die Jesuiten wieder als solche einsetzt. Eben diese Überzeugung wussten die Jesuiten auch dem Nachfolger der Kaiserin Katharina seit 1798 auf dem Zarenthron in Russland, dem Launenhaften und in der Abneigung wie in der Zuneigung äußerst leidenschaftlichen Kaiser Paul I. dem Ersten beizubringen. Und derselbe wandte sich also sofort anno 1800 an die römische Kurie, also die Kardinalsversammlung, die die Päpste ernennt, mit der dringenden Bitte die Gesellschaft Jesu, die zwar allerdings seit 1782 faktisch, nämlich durch kaiserliches Dekret, und keineswegs aber kirchlich-rechtlich, also de jure, da haben wir wieder de facto und de jure, ganz wichtig hier ist auch mal eben darauf zurückzukommen, weil von dem Papst eben nicht sanktioniert bestand, durch eine eigene päpstliche Bulle förmlich zu restituieren. Dort in Rom aber saß nicht mehr Antichrist Pius VI. auf dem päpstlichen Stuhle, sondern seit 1800 Pius VII. Und dieser hatte sich schon als Graf Gregor Barnabas Kiramonti den Söhnen Loyolas äußerst günstig gezeigt. Somit nahm er das Ansinnen des Kaisers Paul nach kurzen Bedenken an und erließ sofort am 7. März 1801 die Bräve de Catholicae Fidei, laut welchem die Gesellschaft Jesu als solche für Russland wiederhergestellt wurde. Die päpstliche Bräve oder Bulle de Catholicae Fidei Da habe ich eine kleine Note von genommen und da lesen wir eben das folgende drüber. Dieser Papstbrief Catholicae Fidei aus 1801 der die Gesellschaft Jesu teilweise wiederherstellte. Teilweise, aber wir sind gerade mal 28 Jahre nach dem Verbot in 1773. Am 7. März 1801 knapp ein Jahr nach seiner Wahl zum Papst unterzeichnete Antichrist Pius VII den Papstbrief Catholicae Fidei. Dies bedeutete, dass die Gesellschaft Jesu in Russland vom Papst offiziell und kanonisch anerkannt wurde, das heißt de facto und de jure. Franzis Caroy, der bisher Vicar General war, war jetzt General der Gesellschaft Jesu in Russland. Dies war eine teilweise Wiederherstellung der Jesuiten und der Titel des Generaloberen würde 13 Jahre später auf die allgemeine Wiederherstellung warten. Es war eine mutige Tat des Papstes. 1783 hatte sein Vorgänger die Situation in Russland verbal gebilligt, aber Pius VII ließ spanische Botschafter ließ keinen Zweifel daran, Entschuldigung, Pius VII ließ keinen Zweifel daran, dass die Jesuiten zurückgekehrt waren und es sofort zu einer Gegenreaktion aus Spanien kam. Der spanische Botschafter zeichnete ein Bild der immensen Übel, die zu dieser teilweise Restaurierung führen würden. Um die Perspektive zu behalten, hatte die teilweise wiederhergestellte Gesellschaft immer noch viele Einschränkungen. Die Jesuiten in Schlesien, wir erinnern uns, durch Friedrich den Großen damals gehalten, waren eine zahme, wenn auch etwas privilegierte Gruppe von Lehrern, denen die Missionierung selber wohl verboten war. Obwohl die Autorität des Schriftsatzes auf die Gesellschaft in Russland beschränkt war, wir sprechen also von dem Papstbrief Katholica Elfidei, wandten sich sofort alle Augen der Überlebenden Unterdrückung an Russland und Anträge auf Zugehörigkeit kamen aus der ganzen Welt. Wohlverstanden übrigens nur für Russland, sagt uns auch der Autor Karl Theodor Griesinger hier, aber hier ganz mit denselben Rechten und Privilegien und Privilegien wie sie die Gesellschaft Jesu früher besessen hatte. Also insbesondere mit dem Rechte des Beichtstuhles und der Predigt sowie dem des Jugendunterrichts und des Lehrstuhls. Ganz wichtig ist, dass Griesinger hier das Recht des Beichtstuhles aufführt. Warum ist das wichtig? Da möchte ich euch gerne noch einmal daran erinnern, euch die Lesung auf meinem Hauptkanal anzuschauen von dem systematischen katholischen Kindesmissbrauch. Da habe ich letztens in wie vielen Sendungen haben wir dafür gebraucht, Viktor? Sieben oder acht Lesungen haben wir gebraucht, um das Buch über die Moraltheologie von Alfonso Liguri durchzulesen, wo es hauptsächlich darum ging, wie Priester ausgebildet wurden, um die richtigen Fragen im Beichtstuhl zu stellen, um an die Informationen zu kommen, die sie haben wollten, die sie brauchten, und um damit im Grunde die Familie mit aufzubrechen. Sieben oder acht Sendungen haben Viktor und ich darüber getan. Und das findet ihr in der Lesung systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Das ist darin integriert, weil das eine der Pfeiler ist, die ich gebraucht habe, um dafür zu sorgen, dass jeder, der diese Serie verfolgt, versteht, dass es wirklich um einen systematischen katholischen Kindesmissbrauch geht und nicht um irgendwelche Einzelfälle hier und da mal rausgezupft. Und hier haben sie eben auch das erste Recht zurückbekommen, das Recht des Beichtstuhles und der Predigt und des Jugendunterrichts und des Lehrstuhls. Also, das sind die Pfeiler eigentlich, auf denen die Jesuiten aufbauen. Im Grunde mehr oder weniger dieselben Pfeiler, auf der die römisch-katholische Kirche aufbaut, weil es steht ja hier mit der Predigt, mit der Predigt, da verbinde ich auch die Messe mit und die Messe mit der Eucharistie und der Transubstantiation ist der Pfeiler der römisch-katholischen Kirche, weil es da immer wieder um ein Opfer geht. Die römisch-katholische Kirche ist eine Opferkirche und wenn die Jesuiten hier die Predigt zurückbekommen haben, heißt es, dass sie auch das Recht haben, zurück zu predigen, Messe zu halten und eben von daher die Leute, die in die Kirche kommen, wieder mit dem Aberglauben des römischen Katholizismus zu indoktrinieren. Das machen sie mit der Predigt, das machen sie mit dem Beichtstuhl, das machen sie mit dem Unterricht der Jugend. Nun wurde von den erfreuten Loyoliten augenblicklich in der Person des Rektors und Paters Gabriel Gruber ein General gewählt und da sich sofort eine Menge von Brüdern aus Deutschland, Frankreich und Italien einstellten, so konnte der Orden seine Tätigkeit bald auch über die solche Teile Russlands ausdehnen, welche früher nicht zu Polen gehört hatten. Wir haben ja vorhin in der letzten Lesung gelernt, dass es da eine Grenzverschiebung gab und jetzt verbreiten sie das sogar auf die Teile Russlands aus, die außerhalb dieser neu verschobenen Grenze von Polen gehören. Und so entstanden Kolleginnen in Riga, Astrakhan, Jaffa, Odessa und St. Petersburg. So errichtete man eine großartige Mission im Gouvernement Saratov und an Noviziaten und Probehäusern zum Heranziehen von jungen Kräften ließ man es ohnehin nicht wählen. Kurz, der Orden Jesu lebte wieder neu auf und zwar mit einem Feuer und einer Kraft, wie man es kaum für möglich gehalten hätte. Natürlich übrigens wären die Jesuiten keine Jesuiten gewesen, wenn sie sich damit begnügt hätten, für Russland wiederhergestellt zu sein. Nee, today we take Manhattan, tomorrow we take the whole world. Das ist ja aber gerade ein ganz interessanter Punkt, oder nicht? Ich denke, wenn wir das jetzt mal ein bisschen kurz vertiefen, dann dürfte doch auffallen, weil wir auch jetzt in Bezug auf die letzten Lesungen, dass ja es im Grunde ja gar nicht so entscheidend ist, ob jetzt der Jesuit oder sag mal wo der Jesuit geschult wird. Das ist ja letztendlich die Wirkung oder der Wirkungskreis später ja gar nicht mal unbedingt jetzt auch mit dem ursprünglichen Jahr, wo man aufgewachsen ist, wo man ja seine Jugend und so weiter verbracht hat. Also sprich, wenn jetzt irgendwo auf der Welt meinetwegen letztendlich die Jesuiten immer noch, ja, so wie wir jetzt gerade gelesen, ihre Schulen weiterhaben, praktizieren, also ihre Falschlehren, ihren Aberglauben lehren können, ihr Ratio Studiorum, haben, dann ist es ja letztendlich so, dass wir davon ausgehen können, dass irgendwo, wo es ja auch schon gerade angedeutet wurde, dass Brüder aus Deutschland, Frankreich und sonst wo ja auch gleich dann da das wohl dem, ja, dem wohl sehr wohlgesund gegenüberstanden und man ja davon ausgehen könnte dann auch, dass eventuell da schon so Verbindungen aufgebaut werden, dass dann, ja, die Jugend irgendwie dahingehend, ich sag mal durch Austauschprogramme oder was es dann vielleicht auch schon gab, dahin gelotst wird, um jesuitisch geschult zu werden, um dann eventuell später wieder in der Heimat, ja, oder nicht mal unbedingt, aber woanders dann auch zu praktizieren, den, oder die, ja, dass die, die Lehren dann, die dort indoktriniert wurden, dann weiterzugeben oder auch auszuleben halt, ne, also sprich, ich hab jetzt so den Eindruck, also wenn man jetzt mal sagt er Europa, wir schmeißen jetzt die ganzen Jesuiten raus, wir verbieten die, aber wenn du irgendwo immer noch einen Punkt auf der Welt hast, wo die letztendlich, sag ich mal, sich reproduzieren können, um dann irgendwie ja auch nicht unbedingt jetzt als Beichpfeter wieder zurück nach Europa zu kommen, aber halt, ich sag mal, zumindest so geschult und dann auch säkular irgendwie in der Welt, ja, Politik, Finanzwelt oder welcher Welt auch immer, ähm, oder Ebene, ja, eben, oder Wirtschaft, Wirtschaftsebene, genau, äh, dann, dann sehen wir ja letztendlich, äh, dass solche, ich sag mal, Maßnahmen, die Jesuiten zu verbieten, ja, die müssen letztendlich schon weltweit greifen, ne? Ja, und sie wurden ja im Grunde auch nicht komplett verboten, sondern teilweise mussten sie ja nur ihre Kleidung ändern und mussten sie dem Orden mit einem Spur entsagen, wobei wir ja wissen, dass der Spur eines Jesuiten nichts gilt, ja, weil er natürlich seine, äh, mentale Reservation einwirft, kann ja alles schwören, was er will, ist ja deswegen nicht daran gebunden, einen Spur zu halten, er kann Meinheit pflegen, auch das haben wir in der, ähm, kann ein Meinheit leisten, auch das haben wir ja in der Moraltheologie von Alfonso Ligiori ausführlich besprochen, wie sie da, äh, damit umgehen, und es ist so, dass, dass ja viele Leute von anderen Ländern da hinkamen, nach Russland, um da die Ausbildung zu genießen, das ist richtig, aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass die Jesuiten zwar verboten waren in Ländern wie in Deutschland zum großen Teil oder auch Frankreich, aber dass sie im Untergrund immer weitergewirkt haben, einerseits als Jesuiten und andererseits natürlich auch in ihrer neu gegründeten neuen Fassade, äh, den Illuminaten, da ging das Training ja auch immer weiter, also unter der Oberfläche hat es immer gekocht bei den Jesuiten, nur sie haben halt die große Allgemeinheit, die, den großen Teil der Feudalherrscher, sage ich mal, die burbolischen Fürsten, wie der Autor das hier sagt, die ihre, ähm, ihr Verbot im Grunde gefordert haben und den gemeinen Mann auf der Straße haben sie in Sicherheit gewogen, dadurch, dass sie mehr in den Untergrund gegangen sind, aber sie haben von daraus ihr Wiederauf, Erstehen natürlich ganz, ganz kräftig geplant und natürlich eben auch dafür gesorgt, dass die Ausbildung der Leute weitergeht, das heißt neue Novizhäuser, neue Professhäuser und sowas bauen und aus Russland heraus dann wieder im Ausland Stützpunkte zu errichten und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sie noch andere Orden dafür gebraucht haben, wie zum Beispiel den Orden der Redemptoristen, das ist ja der Orden, der von den Alfons Liguori aufgebaut wurde und der ja im Grunde sich von den Jesuiten nur unterscheidet damit, dass er nicht den Schwur der Jesuiten hat, aber ansonsten sind die genauso jesuitisch. Der Alfonso Liguori war ein Jesuit, ohne ein Jesuit zu sein, sage ich mal, ohne die Kleidung oder den Schwur gehabt zu haben, aber er war genauso geistig ein Jesuit und natürlich auch diese Orden ist geistig genauso ein Jesuit und diese anderen Orden, von denen wir gerade eben gelesen haben, die Vincentina und die anderen, die des Heiligen Herzens und sowas, was wir gerade gehört haben, das sind alles Frontorganisationen, hinter denen sich Jesuiten verborgen hatten, mit denen sie im Grunde die Möglichkeit hatten, mit diesen neu gegründeten Ordenshäusern auch in die Gegenden zurückzukommen, wo sie verboten waren, aber unter der Oberfläche waren sie Jesuiten und was gelehrt wurde, war Jesuitismus, um dafür zu sorgen, dass wenn sie dann 1814, wie wir ja wissen, das ist Geschichte, ja wissen wir das ja schon, wenn sie dann 1814 zurückkommen, dass sie stärker zurückkommen, als sie je zuvor waren und genau das ist im Grunde auch ein bisschen der Punkt, auf den du hinaus wolltest, mit der Ausbildung, so glaube ich, ne Viktor? Ja, gut, das hast du natürlich jetzt nochmal, noch wesentlich besser umfangreich, auch nochmal so, ja auch in dem Kontext nochmal jetzt so hervorgehoben, ja, dafür sind wir zu zweit oder zu dritt, um diese Gespräche zu führen und uns gegenseitig zu helfen, ne? Ja, ist wunderbar, eben. Neben, du hast ja den Anschluss gegeben, den Anschluss gegeben zu dieser Bemerkung, das war ja gut soweit, aber hat Michael da vielleicht auch noch einen Punkt dazu beizutragen oder soll ich weiterlesen, Michael? Er findet sein Mikrofonschalter nicht. Doch, jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Nein, ich bin damit, ich gehe damit unisono. Du gehst damit unisono. Prima, dann lese ich mal weiter. Also, kurz, der Orden Jesu lebte wieder neu auf und zwar mit einem Feuer und einer Kraft, wie man es kaum für möglich gehalten hätte. Natürlich übrigens wären die Jesuiten keine Jesuiten gewesen, wenn sie sich damit begnügt hätten, für Russland wiederhergestellt zu sein. Nein. Sie betrachteten diese Tatsache bloß als den Anfang zur gänzlichen Wiederauferstehung und operierten von hier aus als den Sammelplatz ihrer Kräfte über ganz Europa hin. So gut sie nämlich den Kaiser Paul überzeugt hatten, dass in ihrer Gesellschaft alleinig ein fester Damm gegen Unglauben und revolutionären Neuerungssucht gefunden werden könne, ebenso gut hofften sie auch in anderen Monarchen denselben Glauben zu erwecken. Und siehe da, es gelang ihnen dies schon kurze Zeit nachher wenigstens bei einem, nämlich dem bigotten Ferdinand IV., dem Könige von Neapel und Sizilien. Dieser Monarch, der sich ganz in den Händen seiner Gemahlin Maria Carolina, einer Tochter Maria Theresias von Österreich, wir erinnern uns noch, die bigotte Kaiserin, die sich weigerte, die Jesuiten zu verbieten, bis Papst Clemens XIV. sie persönlich an einen Brief dazu aufgefordert hatte, sowie das mit ihr verbündeten Kardinals Rousseau befand, richtete in der Tat im Frühling des Jahres 1804 dieselbe Bitte an den Papst, welche drei Jahre zuvor der Kaiser Paul gestellt hatte. Und er tat es merkwürdigerweise fast mit denselben Worten. Das ist aber merkwürdig. Wir lesen aus dem Brief an Antichristpapst Pius VII. Christliche Frömmigkeit und Sitte seien in diesen jammervollen Tagen überall gefährdet und verfolgt. Darum möge die Rückkehr der Jesuiten noch nach dem Königreich beider Sizilien das Unterpfand besserer Zeiten geben und Wissenschaft wie Gottesfurcht der Jugend und den Schulen zurückbringen. Welcher Jubel nun in Rom, als dieser Bittbrief dem Heiligen Stuhl übergeben wurde. Man hätte glauben sollen, der Christenheit sei ein außerordentliches Heil widerfahren. Ein Heil, dessen Tragweite gar nicht zu ermessen. Bei Heil muss ich hier automatisch an das Dritte Reich in Deutschland denken. Das ist ja auch ein Heil, das über Deutschland kam. dessen Tragweite gar nicht zu ermessen war. Dessen Tragweite wir selbst heute, 80 Jahre später, noch immer nicht richtig abzuschätzen wissen. Hätten wir nicht die wundervolle Buchlesung von Viktors übersetzten Buch hinter den Diktatoren, den Drahtziehern, auf der Schläche gehabt. Aber hier fährt der Autor weiter und sagt, worin aber dieses Heil bestand, erfuhr man nur zu bald. Denn der römische Hof feierte am 31. Juli das Fest des heiligen Ignatius in drei Kirchen zumal. Nämlich in der Jesuitenkirche, das ist die Kirche der Gesu, in dem Tempel Ignatii und in der Kirche des Quirinal. Quirinal ist einer der sieben Hügel, auf denen Rom steht und in allen dreien mit einem solchen außerordentlichen Pumpe, dass man nicht daran zweifeln konnte, es müsse mit den Söhnen Loyolas etwas Besonderes vorgegangen sein. In der Tat war auch etwas Besonderes mit ihnen vorgegangen. Das ist, die Bulle, welche ihre Restitution nunmehr auf das Königreich beider Sizilien ausdehnte, also Sizilien und Neapel, war schon am 30. Juli 1804 vom Papster unterschrieben, durch einen Kurier nach Neapel abgegangen und wurde all da am 2. August solonest, das heißt feierlich oder feierlichst, unter Pauken- und Trompetenschall publiziert. Zu gleicher Zeit gab ihnen die Regierung die früher konfiszierten Paläste und Güter, soweit dies geschehen konnte, zurück und bald blühte ihr Weizen im Neapolitanischen und Sizilianischen so frisch und prächtig als je zuvor. Nunmehr hatte der Orden gewonnen Spiel und er durfte nicht im Geringsten mehr daran zweifeln, dass Antichrist Pius VII. fest entschlossen sei, ihn, sobald erst der geeignete Zeitpunkt gekommen sein würde, für die ganze Christenheit vollständig wiederherzustellen. Er kam auch wirklich dieser Zeitpunkt, obwohl erst nach vollen 10 Jahren, nämlich dann, als man nach der Entthronung des Kaisers Napoleon in ganz Europa denselben Besitz und Rechtsstand wiederherzustellen versuchte, wie er vor der Revolution von 1789 zu finden gewesen war. Infolge dieses Versuchs, denn ein Versuch blieb's in gar mancher Beziehung, wie man schon daraus ersieht, dass das Deutsche Reich nicht mehr wiederhergestellt wurde, erhielt auch der Papst den Kirchenstaat zurück und nun wusste er, um alle seine Kräfte wieder zu sammeln und die fast ganz verlorene Gewalt über die Christenheit wieder zu erringen, nichts Eidigeres zu tun, als sofort am 7. August 1814 den durch Clemens den 14. aufgehobenen Orden Jesu ganz allgemein und mit all seinen früheren Rechten wiederherzustellen. Es solle, heißt es in der betreffenden Bulle, welche nach ihren Eingangsworten den Namen Solicitudo Omnium Ecclesiarium trägt, das heißt Sorge um alle Kirchen, diesen Titel führte die Bulle, es solle nach den dringenden und wiederholten Bitten der Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe und aller ausgezeichneten Männer, notabene hierbei, der Papst hütete sich wohl die Namen dieser ausgezeichneten Männer zu nennen und man dürfte auch vergeblich nach ihnen forschen. Ebenso wenig kennt man die Kardinäle und sonstigen Kirchenfürsten, von welchen Pius VII. hier spricht. Die wurden nicht namentlich bekannt gemacht. Und wenn man Umfrage gehalten hätte zu dem Zeitpunkt, so würden wohl nicht wenige derselben nicht zu der Restitution der Jesuiten tatsächlich geraten haben. Also, es solle nach den dringenden und wiederholten Bitten der Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und aller ausgezeichneten Männer, ferner in Betracht der heilsamen Früchte, welche Russland, Neapel und Sizilien bereits zeigten, endlich in Erwägung des beinahe einhelligen Wunsches der gesamten Christenheit, die Gesellschaft Jesu laut apostolischer Vollgewalt für alle Lande der christlichen Kirche erneuert, in ihren ehemaligen Einrichtungen, Regeln, Befugnissen, Freiheiten, Lehr, Predigt und Beichtämtern, Kollegien, Häusern, Provinzen, Genossen bestätigt, dem unmittelbaren Schutze, Schirme und Gehorsam des heiligen Stuhls untergeordnet und von allen Folgen, von allen Folgen des einst von Clemens dem 14. in Gestalt eines bräwe verfügten Aufhebungsbeschlusses befreit und entbunden werden. Wer es aber wage, diese Verfügung in Betreff der rüstigen Ruderer im Schiffslein des heiligen Petrus irgend zu hemmen oder zu hindern, den solle der Zorn des allmächtigen Gottes und seiner Apostel Petrus und Paulus ganz unfehlbar vernichten. Ende Zitat aus dieser Brewe. Papst Pius der siebte tat also dreierlei mit diesem seinem Brewe. Zum ersten hob er die Bulle seines unfehlbaren Vorgängers Clemens dem 14. ohne weiteres und ohne irgendeine Gründe dafür anzugeben, Kraft seiner eigenen Unfehlbarkeit auf. Bevor ich den Satz weiterlese, erinnert euch das nicht an 1984 an Animal Farm, Farm der Tiere von George Orwell. Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Zum ersten hob die Bulle seines unfehlbaren Vorgängers ohne weiteres und Gründe dafür anzugeben, Kraft seiner eigenen Unfehlbarkeit die Bulle auf. Also die eine Unfehlbarkeit ist anscheinend nicht so viel wert wie die andere Unfehlbarkeit. So, dass also Unfehlbarkeit gegen Unfehlbarkeit in den Kampf geführt wurde. Ja, das ist doch genau eben auch das, was Martin Luther damals schon angeprangert hat, 1520 auf dem Reichstag zu Worms, wo er sich verteidigen musste. Die Päpste haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Die Konzilien haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Also kann nur die Heilige Schrift als oberste Autorität herangezogen werden. Aber die römisch-katholische Kirche sagt, die Heilige Schrift als Pfeiler der Autorität ist nicht in Ordnung. Darüber steht die Tradition der Kirche. Unfehlbarkeit steht hier gegen. Unfehlbarkeit Unfehlbarkeit wird gegen Unfehlbarkeit in den Kampf geführt. Zum Zweiten stellte er den Jesuiten Orden, der doch auf das Andringen von vier respektive fünf gut katholischen Regierungen deswegen für immer aufgehoben worden war, weil seine Statuten, Ordnungen und Weisen mit den Gesetzen und der Regierung eines wohlgeordneten Staates ganz und gar nicht unerträglich sein, ganz und gar unerträglich sein, mit anderen Worten, Ordnungen, Weisen und Statuten der Regierung eines wohlgeordneten Staates gehen nicht einher mit dem Aufenthalt der Jesuiten in demselben. Mit allen seinen Befugnissen also in seiner ganzen früheren Gestalt wiederhergestellt, ohne die genannten Regierungen auch nur zu fragen, ob sie mit dieser Wiederherstellung überhaupt einverstanden sein, ob sie diese selbe Wiederherstellung überhaupt genehmigen würden. Und zum Dritten endlich drohte der Papst allen den Staaten und Monarchen, welche den Orden Jesu etwa nicht wieder aufnehmen würden, mit der Exkommunikation und dem Interdikte, gerade wie wenn ihm, dem Papste des 19. Jahrhunderts, der Hilde Brandt oder Gregor der 7. des 11. Jahrhunderts Gang nach Kalossa, König Heinrich IV. erinnert euch daran, wieder lebendig geworden wäre, wie wenn die Wolke der geistigen Finsternis, welche das Mittelalter beschattete, auch über dem Zeitalter der Aufklärung, das durch die Französische Revolution eingeleitet worden war, hinschwebte. Also tat Pius der 7. am 7. August des Jahres des Herrn 1814 und die Gesellschaft Jesu nebst ihrem ganzen großen Anhang jubelte laut auf, denn sie vermeinte, der päpstliche Federstrich habe von Neuem ein goldenes Zeitalter für sie heraufbesporen. Und damit werden wir heute diese Lesung in diesem Kapitel enden. Wir werden das nächste Kapitel beginnen, das dritte und abschließende Kapitel des 7. Buches des 2. Bandes von Karl Theodor Griesinger, die Jesuiten des 19. Jahrhunderts. Aber ich möchte erst meinen beiden Mitgestaltern dieses Programms noch die Gelegenheit geben, vielleicht ein paar abschließende Worte zu dem gerade eben Gelesenen zu finden. Michael, Viktor, wer möchte? Ist die Lesung irgendwie schon zu Ende? Nö, ich mache gleich noch weiter, aber wir wollen ja vielleicht eben einen Abschluss bringen zu dem Kapitel, was wir gerade eben abgeschlossen haben. okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe nämlich schon gedacht, du wolltest jetzt hier Finito machen. Nö, 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 ich glaube, wir haben noch eine Viertelstunde oder so. Ja, länger sogar. Es ist nur der Übergang in ein nächstes Kapitel und ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn ihr beide vielleicht noch Schlussworte für dieses Kapitel eben habt, in euren eigenen Worten, nachdem ich ja schon bereits Dinge kommentiert habe. Ja, wir beide hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass eins der absoluten Highlights in der Vatikan-Geschichte der Zeitpunkt ist, wo eine päpstliche Bulle zurückgenommen wird und diese zurückgenommene Bulle letzten Endes der Beweis für die göttliche, für den nichtgöttlichen Auftrag, beziehungsweise für die Fehlbarkeit der päpstlichen Befehle eigentlich einsteht und von dazu kann man letzten Endes dieses Beispiel in 1814 jetzt dafür nehmen, zu sagen, da kann dann 1870, glaube ich, im Zweiten Vatikanischen Konzil kann da letzten Endes ja auch nicht mehr beim ersten Vatikanischen Konzil kann ja auch nicht mehr allzu viel retten. Im Endeffekt sehen wir daran, es sind letzten Endes alles ganz normale Menschen, die eine Agenda durchtreiben und wenn man tatsächlich jetzt die Jesuiten hätte wirklich verbieten wollen, dann hätte man sich davon ganz deutlich distanzieren müssen und vor allen Dingen man hätte da auch noch entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen, man hätte als katholische Kirche, als Papst, als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, hätte man da wirklich ganz andere Maßnahmen machen müssen, man hätte die ganze Organisation verbieten müssen, man hätte Universitäten komplett schließen müssen, solche ganzen Sachen, das Kind ist eigentlich meiner Meinung nach dann in den Brunnen gefallen, wenn die Leute schon mit dieser Indoktrination aufwachsen und das ist dann so schwierig und ich glaube das ist einer der Gründe, warum Jesus gesagt hat im Neuen Testament bringet die Kinder zu mir aber wenn dann diese Kinder schon so weit erwachsen sind, dass die halt jahrelang in dem römischen Schulsystem drin sind und dieses römische Schulsystem im Endeffekt gar kein katholisches Schulsystem ist, sondern ein jesuitisches Schulsystem ist, dann empfinden die keinen Distanz zu den Lehren der Jesuiten, die die ja auch gar nicht kennen, die Veröffentlichung des Eides war ja nicht allen bekannt und ich denke mal, die römisch-katholische Kirche hat nie eine andere Agenda gehabt und die römisch-katholische Kirche hat ja Sempera Adem, das heißt, die ändert sich ja auch nie, von daher kann es nur eine Farce gewesen sein, denn wenn, hätte man andere Mittel gehabt, zu dem Zeitpunkt noch vielleicht, hätte man andere Mittel gehabt, auch wenn die den Papst damals vergiftet haben, aber die römisch-katholische Kirche hätte auch noch, würde sie echt durchgreifen wollen, wäre das keine Farce gewesen, meiner Meinung nach, andere Mittel gehabt, um dagegen zu wirken, dann zu sagen, so, wir entfernen jetzt alle Jesuiten aus irgendwelchen Ämtern, wir Studiorum, da ist schon das Kind so weit in den Brunnen gefallen, da liegen so viele Generationen dazwischen, sodass dieser jesuitische Bodensatz eigentlich schon so fest verankert war, dass ich meine, es war damals zu spät, Jesuiten zu verbieten. Ja, ich möchte da ganz kurz etwas zu anmerken, dass das für unsere Zuschauer und Zuhörer auch bitte ganz deutlich ist. Wir haben auf der einen Seite den Jesuitenorden mit an der Spitze den schwarzen Papst und wir haben auf der anderen Seite die ganze Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mit einer Spitze den weißen Papst. Beides Päpste sind beides Kinder des selben Vaters, nämlich des Satans. Man kann, wenn man das eine Kind ausrottet, dann überlebt immer noch das andere. Also selbst wenn man damals oder wenn die römisch-katholische Kirche damals den Jesuitenorden vollständig wo in 1307 ja damals die Templer abgeschafft wurden und die Templer jahrhundertelang im Untergrund weitergearbeitet haben, bis sie durch die Jesuiten als Templer Orden wieder hervorgekommen sind. Das ist etwas, was wir lernen in dem Buch Treffpunkt auf Zypern glaube ich, ist das vierte oder fünfte Kapitel im Buch Herrscher des Bösen, wo wir das lernen, dass die Jesuiten ja nichts weiter sind im Grunde als die wiederbelebten Tempelritter und nach dem Motto, das ist wie so, du kennst ja dieses mittelalterliche Monster, von dem man spricht, diese Schlange mit den mehreren Köpfen und wenn du einen Kopf abschlägst, dann wachsen zwei nach und so ist das mit dem Jesuiten Orden auch und in der Bibel und da mal eben ganz kurz drauf zurückzukommen, da steht ganz deutlich drin, Belial kann nicht Belial austreiben, der Teufel kann nicht den Teufel austreiben, die römisch-katholische Kirche kann den Jesuiten Orden verbieten, so viel sie will, aber sie ist ja selbst mit dem Jesuiten Orden dermaßen verwurzelt, sie müsste gar sich selbst abschaffen, wenn sie den Jesuiten Orden vollständig abschafft, denn alles, was im Jesuiten Orden anstößig ist, sag ich mal so, ist in der römisch-katholischen Kirche ja genauso anstößig und das ist ein Punkt, den muss man eben mal ganz deutlich verstehen. Die römisch-katholische Kirche, der Papst, hat nie die Absicht, den Jesuiten wirklich zu verbieten. Das war von vornherein ein abgekatertes Spiel von Lorenzo Ricci, dem General der Jesuiten zwischen 1758 und bis in die 1780er Jahre hinein, der dafür gesorgt hat, dass dadurch, dass der Öffentlichkeit den Herrschern auf der einen Seite, den Erst-Voldal-Herrschern und danach den anderen Herrschern, den Herrschern der Republiken und Demokratien, die dann später daraus erwachsen sind, das Zeichen zu geben, die Jesuiten sind da nicht mehr, die Gefahr ist vorbei, dann kurz danach das Zeichen zu geben, 1798, Papst verhaftet und so weiter, der Papst hat auch keine Macht mehr, der ist auch nicht mehr da, wir hatten ja bereits gelesen in diesem Buch, dass das Ansehen des Papstes auf dem niedrigsten Stand in Jahrhunderten gesunken war, um die Leute in Sicherheit zu wiegen und dann ihr Spielen im Grunde nochmal, nachdem es einmal geresettet ist, auf Null gestellt ist, nochmal von vorne anzufangen und diesmal viel mehr mit der Infiltration und Subversion zu werken. Das ist zumindest meine Ansicht davon und ich glaube, das müssen unsere Zuschauer auch hoffentlich aus dieser Lesung begriffen und verstanden haben. Das war, glaube ich, eine gute Anfüllung an die doch nicht unwichtigen Worte von Michael gerade eben, aber man kann den Jesuitenorden nicht abschaffen und die römisch-katholische Kirche stehen lassen, man kann auch nicht die römisch-katholische Kirche abschaffen und den Jesuitenorden stehen lassen, sie sind beide Söhne desselben Vaters der Lüge des Satons. Das wollte ich nochmal eben ganz deutlich bitte hier zur Sprache bringen. Ja, deswegen fand ich auch meinen Kommentar im Konjunktiv sozusagen, hätte die katholische Kirche wirklich vorgehabt, etwas zu ändern, hätte sie sich auch selber reformieren müssen. Und dass sie nicht reformierbar ist, hat sie ja bereits im 16. Jahrhundert gezeigt. Genau, eben. Und das ist letzten Endes dann das, wo die katholische Kirche halt dran scheitert. Sie scheitert halt daran, dass ihr, ja, ihr Bodenpersonal einfach nicht dem entspricht. Nein, das soll man sein, ihr Bodenpersonal halt letzten Endes Ich sag's mal so, sie stolpert über ihre eigenen Wurzeln. Ja, genau, sie stolpert über ihre Tradition. Ja, und demzufolge kann sie sich nicht reformieren, ohne eigentlich überflüssig zu sein. Denn, wenn wir die katholische Kirche betrachten, ist es nichts anderes als das Heidentum aller möglichen Religionen in einer vereint. Richtig. Und so unnötig wie ein Kropf. Viktor, hast du auch noch was zum Abschluss dieses Kapitels dazu beizutragen? Also so, ich hätte jetzt nur noch angefügt, eventuell, dass ich an der einen Stelle eventuell jetzt sogar noch mal eine Verlinkung mache in dem Buch hinter den Diktatoren zu dem Kapitel jetzt, weil ich fand das mit der Katharina von Russland, vielleicht ist das so die Verbindung, wo dann die Leute dann noch mal hier an der Stelle weiter auch Informationen erhalten oder, ich sag mal, detailreichere Ausführungen, was sich damals so abgespielt hat. Da jetzt das ja in dem Buch hinter den Diktatoren ja jetzt wirklich nur in so einem einen Absatz mal angeschnitten wird. Denke ich, ist das eventuell, kannst du ja auch noch mal was dazu sagen, ob das, wo du sagst, das macht Sinn. Und ja, auch dieser Moment, wie der Griesinger das jetzt so schildert, wo der Papst Pius, der Siebte war das jetzt, zuletzt. Das war der, wiederhergestellt. Wiederhergestellt. Genau. Ja, also das, er hat es ja so beschrieben, also ohne, dass die Regierung irgendjemand informiert auch nur alleine wurde. Das zeigt ja doch so wie an der Schnur gezogen auf, so ein bisschen. Ja. Papst Pius VII. war ja auch der Papst, der der Krönung von Napoleon I. beigewohnt hat, als Napoleon sich selbst die Krone aufgesetzt hat, um eben zu sagen, von du Papst, setz mir die Krone nicht auf. Und mit der Wiederherstellungsbulle der Jesuiten dann 1814 hat er ja deutlich gezeigt, wer wirklich die Macht hat. Ja. Ja, und ich denke, ab dem Zeitpunkt ist auch wieder, dass die Agenda INRI auch wieder voll aktiv. Kurze Jahre, ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen auf das nächste Kapitel, weil ich jetzt auch gar nicht das jetzt vorgelesen habe. War jetzt ja nur noch, ich glaube, im Zuge der nächsten Jahre gab es ja auch noch mal einen Krieg innerhalb Deutschlands. Und ja, es ist ja dann auch wieder alles so sehr bezeichnend. Ja, wir sind in 1814 und 1815 zum Beispiel gab es ja die berühmte Schlacht in Waterloo. Und dann gab es den Wiener Kongress und dann gab es noch ein paar andere Geheimverträge. Darüber sprechen wir auch in dem nächsten Kapitel. Von daher würde ich sagen, lass uns weitergehen und wir haben noch ein paar Minuten, um die Stunde voll zu kriegen. Noch eine gute Viertelstunde haben wir und da können wir uns eben in das dritte Kapitel, also das letzte Kapitel dieses Buches im siebten Buch des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger einlesen. Und das behandelt die Jesuiten des 19. Jahrhunderts. Wobei wir jetzt eben mal berücksichtigen müssen, wenn der Griesinger uns das hier schreibt, dann ist das für ihn die absolut jüngste Geschichte. Ja, da er das Buch 1866 geschrieben hat und er jetzt über die Jesuiten im 19. Jahrhundert schreibt, das ist für ihn so, wie wenn wir auf die letzten 50 Jahre unserer Geschichte zurückschauen. Und deswegen ist das ein sehr, sage ich jetzt mal, moderner Blick auf die Jesuiten, den er uns hier im 19. Jahrhundert gibt. Man hätte glauben sollen, sagt der Autor, die europäischen Mächte und insbesondere die bourbonischen Höfe werden der päpstlichen Wiederherstellungswolle vom 7. August 1814 wie ein Mann entgegengetreten sein. Denn man musste sich doch noch dessen erinnern. Man muss sich doch daran erinnern, was 40 Jahre zuvor die gewaltsame Austreibung der Jesuiten notwendig gemacht hat. Wie kann man sie denn dann jetzt wieder einsetzen? Allein, es kam gerade umgekehrt und nicht wenige der regierenden Könige und Fürsten begrüßten die Regeneration der Gesellschaft Jesu gleichsam als einen zweiten Ostermorgen, als den Morgen des von den Toten auferstandenen Heilands. Nach dem Stürze Napoleons nämlich kam eine Zeit der furchtbarsten Reaktion über ganz Europa und jedweder souverän wetteiferte mit dem anderen wie die letzten Spuren der leidigen Revolution von 1789 die letzten Spuren des darauf folgenden Kaiserreichs Reichs und der Umwälzungen, die es gebracht hatte, zu verwischen sein. Man fürchtete die liberalen Ideen Wolltest du da einen Kommentar geben? Ich dachte, dass ich gerade was hörte. Man fürchtete die liberalen Ideen wie den lebendigen Teufel. Denn durch sie, die liberalen oder freiheitlichen Ideen des Volkes, waren die Rechte der Throne, der Adelswelt und der Geistlichkeit wankend geworden, also die Regierung der Feudalherrschaft wankte. Man fürchtete sie, man hasste sie, man wollte sie um jeden Preis unterdrücken und zwar so unterdrücken, dass sie ganz und gar und für immer tot und begraben seien. Warum hätte man also nicht jubeln sollen über das Wiedererscheinen der gesegneten Söhne Loyolas, welche sich als die wahren Grundsäulen des bürgerlichen und kirchlichen Gehorsams ankündigten, welche in Neapel, Sizilien und Russland doch bewiesen hatten, dass sie ein Talisman seien gegen das revoluzionäre Fieber und dass an ihrem festen Auftreten alle politisch-philosophische Neuerungssucht zerschellte, wie das Heer der Perser an der Phalanx der Spartaner in der berühmten Schlacht bei Thermopylae? Ja, gewiss, so dachte ein nicht geringer Teil der regierenden Herren, ja, gewiss, es gibt kein besseres Mittel zu unserer Selbsterhaltung, als wenn wir den Söhnen Loyolas unsere Verteidigung anvertrauen. Und da nun die Höflinge nebst dem Adel stets das Echo der regierenden Herren sind, so brachten sie dem Jesuitismus als den Stützpunkt des Königtums ebenfalls ihre devotesten Huldigungen dar. Die Motivation der Feudalherrscher, also Könige, Fürsten, Barone, Grafen und so weiter, liegt in dem Versprechen, das die Jesuiten ihnen machten, in drei Geheimverträgen. Diese fanden statt zwischen 1815 und 1823 in Wien, in Verona und in Kiri. In den USA war das Resultat auf diese drei Geheimverträge die Monroe-Doktrin. Und da sollte sich jeder mal ein wenig selbst mit beschäftigen, weil diese Lesung ist zwar dafür da, um euch geschichtliche Hintergründe aufzudecken, aber sie ist nicht dafür da, um euch alle Fakten auf einen silbernen Tablett zu servieren, dass ihr euch faul in eurem Sessel zurücklehnen könnt und sagt, ach, der Jörg, der erzählt mir schon, wie das ist. Wollt ihr über die drei Geheimverträge lernen? Diejenigen, die Englisch sprechen, haben es leichter, das kann ich euch so schon sagen, um darüber zu lernen und unter anderem Bill Hughes hat auf diesem Kanal eine Videoserie von mir bekommen, die heißt Behind the Door, Hinter der Tür. Das war zu der Zeit, noch vor der Zeit, bevor er seine beiden Bücher geschrieben hat, The Enemy Unmasked and the Secret Terrorists und er hat in diesen Vorträgen auch über die Geheimverträge von Wien, Verona und Kiri gesprochen und da gibt es nicht viel Informationen drüber, aber das lasse ich euren eigenen Untersuchungen nach und er hat auch eine Sendung gemacht über die Monroe-Doktrin und da geht es um den amerikanischen Präsidenten Monroe, der im Grunde den Papst gewarnt hat, nicht nach Amerika zu kommen und naja, wir wissen ja, wie die amerikanischen Präsidenten selbst unter Fuchtel der Freimaurer standen, also Jesuiten kontrolliert sind, dass das im Grunde alles nur ein großes Theater ist, aber nichtsdestotrotz hat die Monroe-Doktrin ganz deutlich Europa gesagt, wagt nicht hier rüber zu kommen, wir werden euch hier rausschmeißen und diese drei Geheimverträge von Wien, Verona und Kiri, ganz kurz nur werde ich euch erzählen, worum es ging, da ging es im Grunde darum, dass diese ganzen Königshäuser und Herrschaftshäuser in Europa mit den Jesuiten einen geheimen Vertrag abgeschlossen haben, dass die Jesuiten dafür sorgen werden, dass sie am Leben bleiben, dass also sich sowas wie 1789 nicht wiederholt, wenn sie ihnen dafür freie Hand einräumen und teilweise geht das auch einher mit Autoritätsverlust, dadurch zum Beispiel, dass wir dann in Ländern wie, ich sag jetzt mal zum Beispiel Belgien, Niederlande, Dänemark, Norwegen, halt nur noch repräsentative Monarchien haben, also noch Monarchien, aber nur repräsentative, eigentlich geregelt durch eine Demokratie, aber natürlich diese Demokratie von Anfang an infiltriert und unterwandert wird von Jesuiten und von daher leben wir in jeder Demokratie heute in einer genau solchen feudalherrschaftlichen Diktatur wie vor 200 Jahren, nur es wird nach außen anders dargestellt und darum erkennen es viele nicht. Diese drei Verträge, Wien, Verona und Kiri, haben das damals als Basis gelegt. die europäischen Herrscher sind hier mit den Jesuiten ins Bett gestiegen. Sie haben im Grunde das erfüllt, was Gott in Offenbarung Kapitel 17 Vers 2 bereits gesagt hat. Die Könige der Erde, die Unzucht getrieben haben mit der Hure von Babylon. Freilich sagt der Autor weiter, freilich hätten denn doch bei den europäischen Machthabern einige Zweifel an der Richtigkeit dieser Anschauungsweise erwachsen sollen. Als sie nur ganz wenige Jahre später das eigentümliche Schauspiel erleben mussten, dass Kaiser Alexander, der sich am Anfang seiner Regierung den Söhnen Loyolas so Holt erzeigt hatte, als sein Vater Paul diese Patris ihre gefährlichen Umtriebe halb durch einen Ukas und da hatten wir im ersten Buch schon drum geschrieben, was ein Ukas ist, vom 20. Dezember 1816 zunächst aus Petersburg und Moskau verwies. So wie das dann etwas später, nämlich am 13. März 1820 ein weiterer Ukas des selben Kaisers, die Sozietät Jesu, wegen Proselytenmacherei Habsucht, Ungehorsam und grober Verletzung des Gastrechts für immer aus der ganzen russischen Monarchie, also auch aus dem russischen Polen Vertrieb. Die heilige Verpflichtung heißt es unter anderem in diesem kaiserlichen Ukas, die heilige Verpflichtung für die Erziehung der Jugend ihrer Konfession wurde ihnen, also den Jesuiten übertragen, damit sie den Verstand durch die Wissenschaft, das Herz durch die Religion aufklären sollten. Sie aber missbrauchten dieses ihnen entgegengebrachte Vertrauen und verführten ihre unerfahrenen Zöglinge. Selbst eine heilsame Duldung genießend pflanzten pflanzten sie in die von ihnen betörten Gemüter eine harte Unduldsamkeit. Die Schutzwehr der Staaten Anhänglichkeit an den Glauben der Väter bemühten sie sich umzustürzen und so das Familienglück zu untergraben oder den Familienzusammenhalt zu untergraben, indem sie eine verderbliche Denkverschiedenheit erregten. So sind denn überhaupt alle Bestrebungen der Jesuiten nur ihren eigenen Vorteilen, nur der Verbreitung ihrer eigenen Macht angepasst und ihr Gewissen findet bei jeder widersetzlichen Handlung eine bequeme Rechtfertigung in ihren Statuten. Da sprechen wir von den geistigen Reservationen. Also schildert die Söhne Loyolas der wohl überlegte Ukas des Kaisers Alexander und gewiss wird es keine wahrere und zugleich leidenschaftslosere Schilderung von ihnen geben. Auch blieb diese Anschauungsweise des Jesuitismus von dort an in Russland stabil und nie bis dato gelang es seinen Anhängern einen Widerruf oder auch nur eine Milderung desselben zustande zu bringen. Denn das Kabinett von St. Petersburg hat gute Staatsmänner, welche in allen Dingen klar sehen und sich weder durch Schmeichel noch durch Verstellungskünste von einem aus reiflicher Überlegung gefassten Entschlüsse abbringen lassen. Bis zur Zeit der Oktoberrevolution Anfang des 20. Jahrhunderts der Auslöschung der Zarenfamilie und die Einsetzung von Jesuiten an der Spitze der Regierung. Lenin war Jesuiten geschult und Stalin war ein Jesuiten Priester geschult in Tiflis Georgien für mehrere Jahre. Das Verfahren der russischen Regierung war ein äußerst offenes, klar motiviertes und eben deswegen bekam sie auch die ganze gebildete Welt auf ihre Seite. An den übrigen Regierungen Europas aber ging dieses Verfahren sozusagen spurlos vorüber. Denn dieselben hatten sich, als der russische Ukas vom 13. März 1820 erschien, den Söhnen Loyolas bereits mit Leib und Seele ergeben und ihre Befangenheit war daher allzu groß, als dass sie den Ukas auch nur geprüft hätten. Was uns Griesinger hier nicht sagt, das habe ich euch gerade in meinem Kommentar über die drei Geheimverträge Wien, Verona und Kiri erzählt. Und das, was der Autor hier schreibt, ist das Resultat der bis dato zwei gelaufenen Geheimverträge. Vor allem huldigte Italien dem wiederhergestellten Orden und selbstverständlich händigte Pius VII, der große restituierende Papst, der doch der ganzen Welt mit gutem Beispiele vorangehen musste, demselben sofort in Rom, die früher unter Clemens XIV genommenen Paläste und Güter, soweit sie noch nicht im Privathände übergegangen waren, wieder ein. So namentlich das Collegium Romanum und etwas später das deutsche Collegium Germanicum, nebst verschiedenen Kirchen und sonstigen Besitztümern. Ein großartiges Gebäude zu einem Noviziat auch nicht zu vergessen. Infolgedessen und weil auch die nachfolgenden Päpste Leo XII, 183-29, Pius VIII, nur 28-30, Gregor XVI, 1830-46, nebst dem jetzt noch regierenden Pius IX, Pio IX, den wir schon so oft besprochen haben, die Söhne Loyolas äußerst Begünstigten, mehrten sich diese sowohl in Rom als im Kirchenstaat ganz außerordentlich und man musste zum Beispiel, was Rom anbelangt, schon anno 1829 außerhalb der Stadtmauern einen Platz für ihr Unterkommen suchen. Wir gehen noch mal kurz in eine Fußnote über Pius IX rein. Da schreibt der Autor, Pius IX nahm bekanntlich unmittelbar nach seiner Thronbesteigung einen stark liberalen Anlauf. Wir wissen, er hat 1846 das Ruder übernommen. Er hat es geführt bis 1878 mit 32 Jahren das längste Pontifikat in der Geschichte der Päpste bis heute 2019. Pius IX nahm bekanntlich unmittelbar nach seiner Thronbesteigung einen starken liberalen Anlauf. Allein von dieser Verrücktheit mussten ihn die Söhne Leolas bald gründlich zu heilen. Und seit dieser Zeit befindet sich wie der Kardinal Dandrea ausdrücklich ist vor kurzem öffentlich bezeugte der Heilige Vater ganz in den Händen der genannten Patres. Pius IX war Wachs in den Händen der Jesuiten. Pius besucht sie auch sehr oft in ihrem Professor Haus oder auch in ihren Kollegien und hat schon mehrmals den Anspruch getan, dass sie in gegenwärtigen bösen Tagen die einzigen Stützen des zwischen Anführungszeichen füge ich hinzu wahren Glaubens seien. Auch wird notorisch keine wichtigere Regierungsmaßregel beschlossen, ohne dass der Papst vorher seinen geliebten Pater Bex, den gegenwärtigen General des Ordens zu Rate gezogen hätte und es ist, um nur eines anzuführen, die vor kurzem erlassene Enzyklika des Papstes, worin er über alle Ideen der Neuzeit den Stab bricht und die Menschheit wieder zur Finsternis des Mittelalters zurückführen möchte, rein das Werk der Jesuiten. Die kurz vor erlassene Enzyklika, wir sprechen ja hier vom Jahr 1866, wir sprechen hier von der dogmatischen Bulle Inephibilis Deus zur Erklärung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens vom 8. Dezember 1845 und natürlich den hier angesprochenen Syllabus der Fehler, indem Papst Pius IX jegliche Regierung von dem Volk durch durch das Volk für das Volk als satanisch verdammt. Den Syllabus der Fehler habe ich schon so oft in meinen Lesungen angesprochen und hier geht ganz kurz mit dieser Bemerkung Karl Theodor Griesinger als ein Zeitzeuge, der zu dem Zeitpunkt gelebt und kurz danach das Buch hier geschrieben hat, da kurz drauf ein, zumindest mit dieser Fußnote, die Enzyklika Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Und jetzt ist es inzwischen an der Zeit gekommen, um zum Abschluss dieser Sendung zu kommen und uns ganz fürchterlich doll drauf zu freuen, dass wir doch noch immer einige Seiten zu lesen haben in diesem abschließenden letzten Kapitel des wunderbaren Buches von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten und die Wirkung ihres Ordens vom Augenblick der Errichtung bis zu dem jetzigen Zeitpunkt 1866 als der Autor dieses Buch geschrieben hat und ich möchte jetzt gerne die abschließenden Worte an meine beiden Brüder Michael und Viktor lassen ich verabschiede mich mit den Worten dass ich euch ganz deutlich noch mal ans Herz legen möchte eure Bibel zu studieren weil all diese Studien in diesen Geschichtsbüchern bringen überhaupt nichts wenn man nicht das Wissen der Bibel dabei hat und somit verbleibe ich mit den Worten lest eure Bibel und gebe noch ab an erst Viktor und dann Michael um die Sendung heute zum Abschluss zu bringen Maranatha Ja ich bedanke mich vielmals für die Lesung heute war sehr sehr aufschlussreich und interessant ich habe jetzt gar nicht mir noch so viel anzufügen außer dass ich sehr interessiert bin auch an der Fortsetzung und was dann noch alles ja und was du uns noch erzählen wirst lieber Bruder Jörg und ja ich verbleibe damit auch dann wie gehabt mit den Worten bis zum nächsten Mal und tschüss ja dann schließe ich mich dem an die Bemerkung die ich dann noch hätte ist diejenige dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen den weltlichen Herrschern und den spirituellen Herrschern sozusagen sprich auf der einen Seite die Könige und Fürsten des Mittelalters und dann auf der anderen Seite die Jesuiten denn die Jesuiten haben diese geschult und es kann beiden nicht daran gelegen sein sowohl den Jesuiten als auch den Königen und den jeweiligen Herrschenden dass das Volk in irgendeiner Art und Weise ein Mitspracherecht bekommt das kommt ja nicht nur in der 1864 Bulle Syllabus of Eros deutlich zum Vorschein sondern auch in der Tatsache dass das Dogma der Jesuiten ja schon seit dem Jahre 1599 in den Universitäten rumschwirrt und wer konnte sich damals wirkliche Bildung leisten und die Jesuiten haben ja damals schon angefangen dass man an ihren Universitäten sorry dass man da umsonst studieren konnte ich denke das ist eine ganz große Geistes Verbundenheit zwischen beiden beide haben etwas zu verlieren die einen haben ihre spirituelle Macht zu verlieren ihre Profess Häuser ihren Orden ihre Stellung in der Gesellschaft ihr Ansehen ihr Einfluss und auf der anderen Seite die weltlichen Herrscher halt ihre Fründe und ihre Liegenschaften ihren Status und so weiter und daher geht da auch wieder Kirche und Staat Hand in Hand und ich denke dass wir gar nicht diese Bulle Syllabus of Errors bräuchten um festzustellen dass es eigentlich mit der Demokratie eine völlige Illusion ist und es die in der reinen Form nirgendwo gegeben hat und wahrscheinlich auch auf dieser Welt nicht mehr gibt abgesehen davon dass wir als Christen sowieso eine Monarchie bevorzugen aber da haben wir auch einen ewigen König und zwar Jesus Christus und der große Unterschied ist eigentlich noch der dass man sich fragen muss ob Demokratie nicht sowieso eine totale Augenwischerei ist denn Demokratie heißt und da habe ich mit einem Bekannten von mir vor zwei Jahren sehr interessantes Gespräch die halbe Nacht darüber gehabt heißt die Herrschaft der vielen Unwissenden über diejenigen wenigen die entweder die Wahrheit verdrehen oder wie wir die Wahrheit suchen aber eine wirkliche Demokratie das ist eine interessante Frage an euch da draußen ob die wirklich erstrebenswert wäre das hieße nämlich dann dass die Leute die sich am wenigsten mit wichtigen Dingen beschäftigen genauso viel Mitspracherecht haben wie diejenigen die sich ein Leben lang auf der Suche nach der Wahrheit sind und das ist vielleicht eine ganz interessante knifflige Frage die man sich auch stellen könnte aber für mich ist letzten Endes hier festzustellen dass die Verbindung zwischen der Monarchie der weltlichen Monarchie und den Jesuiten eine ganz intensive ist und da ist glaube ich den damaligen Herrschenden auch gar nicht klar geworden dass sie damals schon ein paar Jahrhunderte unter der jesuitischen Doktrination gestanden haben und vielleicht haben manche protestantische Herrscher das noch begriffen und da entgegengesteuert das sehen wir ja auch in der Geschichte die der Griesinger uns hier erzählt aber aber ich glaube dass die meisten das letzten endes einfach ihre Freunde gesehen haben wenn man schon mit einem goldenen Löffel auf die Welt gekommen ist und alle schönen Kleider um sich herum hat Ballsäle Konzerte Badezimmer Angestellte Bedienstete Mägde und alle möglichen Komfort des barocken und Spätmittelalters will man dann irgendwann drauf verzichten Schwierig da muss man schon ganz ganz stark im Glauben sein und da müsste man schon das machen was wir euch immer anraten lest eure Bibel entweder die King James 1611 oder mit Abstrichen in Deutsch die Schlachter 2000 beide basieren auf dem Text des Rezeptus und ja damit verabschiede ich mich auch heute von euch vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank fürs Zuschauen vielen Dank vor allen Dingen auch fürs Weitervertreiben fürs Weiterkopieren fürs Spiegeln und auch vielen Dank dafür dass ihr eventuell diese Lesung auch für weitere Menschen für andere Menschen oder für weitere Generationen auf eurem Computer speichert in diesem Sinne lest eure Bibel Gottes Segen und Maranatha und oder 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 Untertitelung des ZDF, 2020